Also und Sie sind 28 Jahre alt? Ich habe ein paar Kinder. Und wir sind? 23 Jahre alt. Ich habe ein paar Jahre alt. Ich habe ein paar Jahre alt. Ich habe ein paar Kinder. Drei Kinder haben Sie? Oh. Sieben Monate. Meine Güte. Drei Jahre alt. Zwei Jahre alt. Sieben oder elf Monate. YouTube haben Sie nicht hier? Ja. Okay. Oho.